Nochmal schwül heiß. Letzte Sommerwoche steht bevor. Danach nass mit 5b-Gefahr. Tja, guten Abend und Glück auf. Der August neigt sich mehr und mehr dem Ende zu und nicht einmal 10 Tagen ist nun auch schon meteorologischer Herbstanfang. Diese Woche merkt man aber noch nichts davon, denn schwül heiße Luftmassen gelangen noch einmal aus dem Mittelmeerraum zu uns, bis sich dann am Wochenende der Wetterumschwung mit teils schweren Gewittern bemerkbar machen wird. Gegen Sonntag und Montag in einer Woche werden die Signale sogar für eine 5b-Wetterlage immer häufiger. Die Amerikaner mit ihrem GFS-Modell hauen sogar dem Fass den Boden aus. Ordnen wir den groben Fahrplan für die Woche und den weiteren Trend ein, welcher aber noch sehr unsicher ist und wir dennoch entspannt bleiben, auch wenn dieser Rechenlauf jetzt gerade so eine richtige, ordentliche 5b-Wetterlage auf dem Schirm hat, die wir uns gleich zu Gemüte führen. Aber wie gesagt, keine Panik. Warum, werden wir gleich alles genauestens sehen. Aktuell mal die aktuelle Berechnung jetzt von dem GFS-Modell mit dem 12er Rechenlauf, mit den Temperaturen in 850 Ha, beziehungsweise 1500 Metern Höhe. Und da sehen wir eben den roten Bereich jetzt hier quer über Deutschland liegen. Das ist im Prinzip die Grenze von ungefähr 15 Grad Celsius in 1500 Metern Höhe. Und alles, was hier so ein bisschen weiter in das Dunkelrote reingeht, da sind auch 20 Grad Celsius in 1500 Metern Höhe eben hier berechnet, was eben auch eine sengende Hitze gerade jetzt hier in Spanien und auch in Südfrankreich ausmacht. Gehen wir das einfach mal durch. Oben rechts die Timeline, für wann das eben ist. Und gucken uns mal diesen weiteren Wetterverlauf an und auch den Luftmassenwechsel, der hier simuliert wird. Denn wir sehen jetzt, dass eben aus Süden immer wieder diese heißen und auch zusätzlich weiteren schwülheißen Luftmassen aktiviert werden, beziehungsweise herangeführt werden. Und dann sehen wir ein Tiefdruckgebiet hier über den britischen Inseln, welches dann trotzdem schon eine Kaltfront im Gepäck hat. Und das ist eben im Prinzip am Freitag und Samstag dann der Wetterumschwung, der hier kommt, wo eben dann die ganze Luftmasse ausgeräumt wird und wir teilweise bloß noch Temperaturen in 1500 Metern Höhe von um die 7, 8, gegebenenfalls auch 9 Grad Celsius haben, was dann wirklich viel kühler ist in Bezug auf den Niederschlag. Wird sich das alles sehr viel kühler anfühlen, als dass wir das jetzt gerade noch so bemerken. Ja, die Cape-Werte, also quasi die Energiewerte der Luft für die oder der Gewitterzündstoff, der wird im Prinzip jetzt auch weiterhin simuliert. Ganz klar, mit Adverhierung dieser schwülen Luftmassen aus Südwesten steigt natürlich auch die Gewitterenergie. Aber es ist eben auch so, dass im Süden jetzt gerade, wenn wir das mal so uns zu Gemüte führen für morgen und vor allen Dingen auch für den Mittwoch, recht hohe Cape-Werte berechnet werden. Aber die Auslöse sollten bis Donnerstag relativ unterdrückt werden können, weil eben dieser Gewitterzündstoff unter einem Deckel liegt. Es liegt ein Hochdruckgebiet drüber, hohes Geopotenzial. Und da sind die Auslösetemperaturen jenseits der 30- bzw. 35-Grad-Marke teilweise anzusiedeln. Und dementsprechend, wenn dann ein Hitzegewitter entsteht, dann wird es heftig, aber sehr wahrscheinlich nur über den Mittelgebirgen ausgelöst. Also quasi orographisch. Ansonsten ist da erstmal bis Donnerstag nicht wirklich was zu sehen. Auch der Donnerstag wird sehr wahrscheinlich nochmal ein richtig heißer Sommertag werden können. Ja, dann ist es eben so, dass der Gewitterzündstoff dann mit Annäherung dieses Droges hier auch weiter in den Norden reingeht. Und dann ist es eben auch so, dass der Druck fällt und dementsprechend dann auch Gewitter sehr wahrscheinlich wieder über Frankreich ausgelöst werden können, die dann eben wie gewohnt den Weg von West-Süd-West eben quer über Deutschland nehmen. Gewittercluster, alles Mögliche wird da dabei sein. Und da kann es auch wieder ordentlich zur Sache gehen. Dann gehen am Samstag, dann die restlichen Gewitterenergien dann Richtung Osten des Landes. Im Westen ist schon stabilere Luftmasse, kühlere Luftmasse eingeflossen bis dahin aus aktuellem Stand. Und dann war es das auch schon keine große Unwettergefahr mehr. Auch der Parameter für die Superzellenwahrscheinlichkeit springt hier an. Mal als Beispiel jetzt hier für den Freitag genommen. Also es ist eben auch wahrscheinlich, dass durch gewisse Windscherungen dann die Überlappung mit den Cape-Werten dann eben auch die eine oder andere Superzelle oder auch die organisierteren Gewitterzellen dann in Bezug auf Verklasterungen, Multizellen und so weiter, dass das eben dann oder dass die Wahrscheinlichkeit am Freitag dann eben steigt und sehr wahrscheinlich dann auch bis in den Samstag gegebenenfalls dann auch noch andauern könnte, wie wir jetzt hier nochmal so schön sehen. Wie gesagt, ich erinnere immer wieder oben rechts die Timeline, wenn man das eben ist, aktuelle Sommerzeit noch zwei Stunden draufgerechnet. Wie sieht das dann im Ganzen so aus? Wir können das hier erkennen. Der Dienstag, der morgige, wie gesagt, ein paar Hitzegewitter maximal im Süden über der Schwäbischen Alb ausgelöst oder durch alpines Pumpen dann eben auch im südlichen Bayern. Aber ansonsten, wie gesagt, keine großen Sachen, keine organisierten Sachen. Wie gesagt, einzelne stärkere Hitzegewitter kann es tatsächlich geben, auch wie gesagt am Mittwoch und auch am Donnerstag. Währenddessen dann am Donnerstagabend schon erste organisiertere Zellen sehr wahrscheinlich jetzt hier in der Nacht zum Freitag dann von Westen her reinkommen können und sich dann weiter organisieren und gegebenenfalls dann auch am Samstag mit dem Einfluss, beziehungsweise am Freitagabend und am Samstag mit dem Einfluss der kälteren Luftmasse dann sich nochmal so eine richtige organisierte Kaltfront sich dann eben sehr wahrscheinlich bilden wird, die dann eben von West nach Ost durchschwenkt und ja, danach ist sehr viel Spielraum drin. Gut, hätten wir das abgefrühstückt. Jetzt kommen wir mal zu dieser 5B-Wetterlage, die ich bereits eben angesprochen hatte. Wir sehen hier die Karten des 18er-Rechenlaufes des Besagten, der eben diese Unmengen an Niederschlägen oder auch diese heftige Wetterlage drin hat. Ja, also wie gesagt, aber schön, sachte, keine Panik, warum werden wir es genauestens erörternd interpretieren. Wir sehen jetzt im Prinzip die 800, nee, nicht die 850, sondern die 500 Hektepascal-Druckfläche, also quasi in 5,5 Kilometern Höhe und alles, was hier ein bisschen gelber ist, ist tieferes Geopotenzial. Wenn wir das mal durchgehen, oben rechts die Timeline wieder, kann man eben erkennen, wie sich hier eine Cut-Off-Wetterlage entwickelt, wo eben ein Tieftrückgebiet abgeschnitten wird und um das Hochtrückgebiet hier über den Azoren oder den nördlichen Azoren herumgeleitet wird. Dieses hat keine weitere Möglichkeit, als hier unten jetzt in den Golfer Genua zu treffen und dadurch, dass die Höhenkälte in Bezug auf die warme Wasseroberfläche einen großen Temperaturgradient zur Höhe eben aufweist, entwickelt sich hier ein Tieftrückgebiet. Und dieses Tieftrückgebiet wird eben um diesen Langwellentrug herumgeführt und dann als eigentliches Bodentief bzw. dann Zentraltief eben jetzt hier berechnet, welches dann eben diese 5b-artige Zugrichtung nach Nordosten nimmt und eben starke Niederschläge an die östlichen Mittelgebirge eben drückt. Ja, schauen wir uns das mal an, wie sieht das Ganze aus. Wie gesagt, der 18er Rechenlauf hat eben auch diese ganzen Gewitter und Umlagerungen jetzt für den Donnerstag, den Freitag und den Samstag drin. Und dann können wir eben erkennen, wie hier aus Norden kältere Luftmasse mit diesem Hochdruckgebiet hier über den Azoren oder nördlichen Azoren dann eben nach Süden vordringt und wie hier schon eine kleine Tiefe oder eine Depression quasi hier schon berechnet wird, also eine Vertiefung eines Tiefdruckgebietes und eben dann immer weiter in die Zyklogenese reingeht. Also das Tiefdruckgebiet vertieft sich vom Kerndruck noch ein bisschen mehr und zieht dann eben 5b-mäßig am Samstag und Sonntag unter weiterer Verstärkung dann nach Nordosten. Und da kann man eben wunderbar erkennen, wie das eben hier eintritt. Und wir können auch erkennen, dass sich das Tiefdruckgebiet gar nicht weiter bewegt beziehungsweise eingeklemmt wird und eben an Ortenstelle liegen bleiben würde. Das ist schon mal Punkt eins, was sehr unwahrscheinlich ist, weil normalerweise das Ding immer weiter zieht. Aber es ist eben möglich und diesen, ja, wie soll man sagen, diesen E-Fall berechnet jetzt hier GFS mit dem letzten 18er Rechenlauf und dementsprechend schauen wir uns auch gleich mal die Niederschläge an, die da berechnet werden. Also ihr seht das jetzt hier, die Verlagerung hier dieses Tiefdruckgebietes bleibt eigentlich fast stationär und würde immer wieder feuchte Luftmassen aus Südosten herumholen und auf die kälteren Luftmassen am Boden aufkleiden lassen, welche dann mit einem starken Druckradient, und ihr seht hier diese Bahn dringend, die schwarzen Linien, würde dafür sprechen, dass auch starker Wind dabei ist, dass das eben dann von Orten her ans Erzgebirge drückt und unheimliche Regenmengen auslösen würde. Also wie gesagt, da muss so viel zusammenpassen, dass das dann eben wirklich zu dieser Lage kommt. Und unterm Strich werden hier eben dann, oder wurden dann eben durch den 18er Rechenlauf bis Montag, oder Quatsch, bis Mittwoch, dann eben den 30. August knapp an die 300 Liter auf den Quadratmeter berechnet. Wenn das so kommen würde, das wäre wirklich, ja man muss da mal aufpassen, was man da sagt, aber das wäre wirklich 2002 verdächtig auf jeden Fall bei dieser Konstellation. Aber wie gesagt, warum das eben sehr unwahrscheinlich ist, sehen wir jetzt. Wir gucken aber ganz nochmal, nochmal ganz kurz rein in die detaillierte Berechnung. Ja, also wie gesagt, teilweise jetzt hier gerade im Stau typischerweise vom Erzgebirge um die 277 Liter auf den Quadratmeter. Je nachdem, wenn jetzt die ganze Geschichte noch ein kleines bisschen genauer berechnet werden würde und schon in den Bereich der Regionalmodelle reinkommen würde, da hätte man auch noch wahrscheinlich sehr viel höhere Regenmengen in Bezug auf dieses grobe Rechenmuster des GFS-Modells. Aber wie gesagt, schön ruhig bleiben. Denn wir sehen hier im Ensemble, wo der Hauptlauf der Grüne hier eingebettet ist. Er ist ein kompletter Ausreißer. Also das ist im Prinzip die Regenmenge, die jetzt hier vom GFS-Modell bis zu dem besagten Tag, bis zu dem Mittwoch, bis zum 30. hier berechnet wird. Und da kann man eben im Prinzip auch einordnen, wo die anderen Rechenläufe hier sind, die bunt hier überall zu finden sind, die 30 verschiedenen. Es ist immer so, bei diesem Ensemble, da werden in dieser Formel des GFS-Modells verschiedene Parameter abgeändert und dann wird geguckt, was würde passieren, wenn, und dann ergibt sich eben dann so ein kleiner Trend. Umso enger die Grafen jetzt zum Beispiel im Temperaturverlauf hier oben aneinander liegen, umso sicherer ist die Wetterlage oder umso unsicherer. Und wir können hier eben erkennen, dass der Hauptlauf mit in Bezug auf die Niederschlagsignale, die hier unten zu finden sind, ein völliger Ausreißer ist. Das ist zum Beispiel der neueste Rechenlauf. Können wir jetzt mal von mir aus noch ein bisschen weiterklicken, auch bis Mittwoch. Wir sehen jetzt hier Sachsen. Hier werden teilweise bloß um die 20 bis 30 Liter auf den Quadratmeter berechnet. Ein paar höhere Niederschlagsummen hier unten Richtung Alpen. Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also wie gesagt, Leute, macht euch da, oder lasst euch da nie verrückt machen, weil schon so viele, ich habe so viele Nachrichten schon wieder gekriegt. Was ist denn an dieser Hochwassergefahr dran? Weil irgendwelche Leute wieder meinen, dort sich dieses Ding rauszufischen und dann dort wieder Panik drauf zu machen und Hochwasser und alles drum und dran. Also ich verstehe das immer nicht, warum heutzutage immer wieder so eine Panik gemacht wird. Weil wohl wissend, dass das eben ein Rechenlauf ist von 30 verschiedenen. Und dann wird eben auch bloß immer das eine Modell genommen und nicht noch die anderen Modelle. Und dementsprechend immer schön das große Ganze betrachten. Dementsprechend jetzt hier neuesten Rechenlauf. Keine Hochwassergefahr mehr. Alles gut. Aber wie gesagt, so ein Signal, so ein Modelloutput darf eben trotzdem nicht einfach so weggekehrt werden. Den muss man schon mal ganz kurz erwähnen. Hier sehen wir auch nochmal, wo der neueste Rechenlauf des GFS-Modells eben eingebettet ist. Hier ganz unten ist der grüne, den wir uns gerade angeschaut haben. Was man aber sagen muss, dass eben wirklich in diesem Zeitraum viele Niederschläge berechnet werden. Auch von einzelnen Member mal ein bisschen stärker. Aber wie gesagt, alles andere als diese Geschichte hier. Also das ist wirklich ein Ausreizer gewesen. Und dementsprechend schön ruhig bleiben. Tja, GEM. Die Kanadier haben auch so eine 5B-artige Zugrichtung drin. Mit teilweise auch so über 100 Liter auf den Quadratmeter bis zum 31. August. Ja, okay. Ist viel Regen, aber über den Zeitraum sollte es hier keine Hochwassergefahr geben, weil es eben einfach, wenn das wirklich so kommen würde, ist ja auch noch ein bisschen hin. Aber es würde eben ordentlich nass werden können dementsprechend. Die Signale für eine 5B-artige Zugrichtung sind denn noch gegeben. Das ist, muss man schon sagen. Ja, ICAN, EU, die Deutschen hier mit dem neuesten 12er Lauf bis zum 29. August. Weiter rechnen die noch nicht. Sehen auch so ein kleines bisschen so eine Niederschlagszunge jetzt hier so ein bisschen 5B-artig nach Nordösten weggehen. Aber wie gesagt, die meisten Niederschläge mit so 60, 70 Litern bis dahin, bis dahin, da sind auch die Gewitter, die jetzt in der nächsten beziehungsweise in den nächsten Tagen kommen, Donnerstag, Freitag schon mit einberechnet. Also keine große Gefahr, was das jetzt so angeht. Was aber nicht heißt, dass es jetzt am Donnerstag oder Freitag mal örtlich zu Überflütungen kommen kann, wenn jetzt ein Gewitter niedergeht. Aber das hat überhaupt nichts mit dieser, ja, mit diesem fast schon Weltuntergangsszenario zu tun, was jetzt hier vom GFS-Modell eben berechnet wurde mit dem 18er-Rechenlauf. Was man aber sagen muss, dass so eine Ausdruckung eben kommt, na, wir sehen jetzt wieder die 500-Tekty-Pascal-Druckfläche in Bezug auf das AVG beziehungsweise auf den Durchschnitt. Da werden alle 30 verschiedenen Member genommen und eben übereinandergelegt und geglättet. Und da kann man eben erkennen, dass tieferes Geopotential tatsächlich mit einem langen Wellentruck, ja, bis runter Richtung Golf von Genua eben geht mit der Spitze und dort wird eben immer die Entwicklung eines 5b-Tiefs induziert und dementsprechend immer außenrum um diesen langen Wellentruck herumgeführt. Und dementsprechend ist eine 5b-Wetterlage nicht unwahrscheinlich ab dem kommenden Wochenende. Das muss man einfach sagen. Aber wie gesagt, diese Berechnung, diese 18er-Berechnung, die sehr unwahrscheinlich, wie gesagt. Dort wurde wirklich alles genauestens, oder dort hat eben alles gepasst, ein sehr starkes Tiefdruckgebiet, großer Druckgradient, ein kaum weiterziehendes Tiefdruckgebiet, also immer wieder herumholen von warmen Luftmassen, die eben aufkleiden und quasi stationär dort immer wieder gegen das Erzgebirge knallen. Sehr unwahrscheinlich, wie gesagt. Aber die macht Achterbilder heutzutage mehr Bedeutung als den IE. Was auch zu sehen oder noch zu sagen ist abschließend, dann hören wir auf, dann war es das schon für heute, kann man sagen, dass im Prinzip die 850-Baskaltemperaturen, also die Höhenkälte, nach Süden vorankommen wird und vor allen Dingen auch im Durchschnitt auch in den mediterranen Bereich vorankommen wird, dort wo die Produktion von 5b-Tiefs eben stattfindet. Wenn wir nämlich jetzt mal weitergehen, kann man erkennen, dass kältere Luftmasse, also unterdurchschnittlich kältere Luftmasse in Bezug auf blaue Farben und überdurchschnittliche Luftmasse oder warme Luftmasse in Bezug auf gelb und orange beziehungsweise rötlichere Farben, kann man eben sagen, dass um den kommenden Wochenends oder Sonntag, dann die nächste Woche Montag, dann eben wirklich kältere Luftmassen von allen Rechenläufen jetzt hier im mediterranen Bereich berechnet werden und wenn diese kalte Luftmasse eben auf das relativ warme Mittelmeer stößt, kann es da eben nur zum Aufsteigen kommen, es wird labellisiert und es entsteht eben Tiefdruck und wenn dann eben wirklich so ein Trog sich hier noch befindet, kann eben dann wirklich so ein Tiefdruckgebiet 5b-artig dann wirklich Richtung Nordosten ziehen. Aber wie gesagt, Leute, ganz ruhig bleiben und dementsprechend müssen wir einfach erstmal abwarten. jetzt schauen wir erstmal die kommenden Tage auf die Gewitterlagen, ja, aber ich denke mal vor Mittwoch, Donnerstag, brauchen wir erstmal kein weiteres Update machen. Aber wie gesagt, eine 5b-Wetterlage ist ab kommenden Wochenende recht wahrscheinlich durch diese eben Glättung beziehungsweise durch den Output des GFS-Modells mit den 800, Quatsch, mit dem 500-Tekte-Pascal Geopotenzial eben. Wie gesagt, ruhig bleiben, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Glück auf, bis später, wenn ihr möchtet und ciao. Bis zum nächsten Mal.